Nominated in the category Light and Life, the Asphericon SPA Beam Expander Kit from Asphericon. Wir von der Asphericon haben uns seit unserer Gründung nie mit bestehenden Technologien und Standards zufrieden gegeben. Genau aus diesem Antrieb heraus haben wir gemeinsam mit unseren Kunden den weltweit ersten monolithischen und asphärischen Beam Expander entwickelt. Das Beam Expander Kit ist modular und wie im Baukasten aufgebaut. Das Herzstück bilden monolithische Beam Expander, welche Laserstrahlen aufweiten bzw. vergrößern können. Erstmalig ist es gelungen, ein solches System mit einer einzigen asphärischen Linse zu realisieren. Abbildungsfehler konnten dadurch korrigiert und die Baulänge extrem verkürzt werden. Gleichzeitig bleibt die Strahlqualität über dem derzeitigen internationalen Standard. Mit einem raffinierten Adapterkonzept können mehrere Beam Expander kinderleicht und ohne zusätzliche Justage miteinander kombiniert werden. Es gibt weltweit kein vergleichbares Strahlaufweitungssystem, welches eine derartig hohe Qualität der Optik mit nahezu endloser Flexibilität vereint. Unsere Systeme sind damit die perfekte Lösung für die tägliche Arbeit in Optiklaboren von Forschungseinrichtungen und Entwicklungsabteilungen der ganzen Welt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!